Meine Lieben, hier ist Marc Shway und wir sind an der Medienorientierung der Balois Session. Was alle Journalisten noch nicht wissen, ist, dass ich sie eröffnen darf. Und eine kleine, kostprobe musikalische, die gibt es jetzt schon. Ich komme immer wieder gerne auf Basel. Eine weltoffene Stadt, tolle Architektur und viel Kunst. Und nicht zuletzt wegen der Balois Session. Balois Session habe ich schon lange auf meiner Bucketliste und endlich klappt es. Und nicht einfach irgendwie, sondern ich darf sie eröffnen. Und wie eröffnet man am besten? Man macht ein grosses Fest. Ich mag es. Untertitelung des ZDF, 2020